So, da sind wir wieder. Ich bin genau zwei Meter weitergekommen, weil wir das hier aufzeichnen. Und deshalb habt ihr auch nicht viel verpasst. Ich bin immer noch nicht in Amadello, aber ich kann Amadello schon sehen da hinten. Ich bin immer noch nicht in Amadello. Ja, Neue Austen, der letzte Real Outlaw-Krunk. Der alte Wälder ist noch nicht richtig. Wenn du ein Mann falsch verletzt wird, wird dir das. Du ein Mann richtig? Es ist doch Amadello? Es ist Amadello. Amartes! Wärme M. Marstin! Welche Dreh-Nahmabie habe dich von der Romantikide Zähne aus? Diese Zeit sind lange hier, wenn es noch hier waren. Gescheitert, du hast das... What the fuck? Was hab ich denn gemacht? Jemanden angefahren? Ich bin mit der Kutsche ganz langsam... Ach, das ist doch nicht euer Ernst, ihr seid doch wohl... Hallo, wie streng ist denn die Straßenverkehrsordnung in Amadillo, ey? Vielleicht kann auch dann mal jemand links und rechts gucken, bevor er irgendwie über die Straße, in Anführungsstrichen, geht? Das ist doch nicht zu fassen. Ey, Stein, geh weg. Das ist ja frech. Ich bin da extra langsam reingeritten. Selbst wenn mein Pferd irgendjemanden berührt hat, also... Ist die Schuldfrage hier nicht eindeutig geklärt, finde ich. Vielleicht muss der die Mission neu starten. Einfach ohne zu glotzen über die Straße läuft. Vollpfosten, ey. Frechheit. Weg da. Weg da. So, das ist Armadillo. So, Manhattan, it is not, but it does okay for us. Most important thing for you right now is getting yourself into Dr. Johnson's office to purchase some medicine. The first one's on me. Thank you, miss. I'll pay you back. I'm sure you shall. The doc's a good fellow. He saved your life, so be polite to him. Meet me in front of the general store when you're done. Irgendwie behandelt die mich ein bisschen wie ein kleines Kind. Weißt die nicht, dass ich John Marston bin? Geht zum Büro des Arztes. Hi there. I'm selling some good Tonics if you need them. If this place cleaned up. Any trouble? Let me know. Counterbug. Zu teuer. Ich hab ja auch kein Geld. Sprich vor dem Gemischtwarenladen mit Bonnie. Bonnie. Ich habe Medizin mitgebracht. Thanks for driving me. It was nice to be able to enjoy the view for once. And the little company never hurts now and again. You're more than welcome, miss. Least I can do. Thank you for the medicine. Why don't you have a look around Armadillo? You can always take the stagecoach back to the ranch later. I might just do that. Travel safely, miss. Try not to get yourself shot. I won't be around to save you this time. Gotcha. So. Jetzt gehen wir aber nochmal da zu den Mädels, ne? Da in diesem Eckhaus. Ihr wisst schon, da... Besteige die Postkutsche, die gewöhnlich hinter der Frachtstation be- und entladen werden. Okay. Achja, ich wollte ja zum Marshal... Oh, hier gibt's nen Waffenladen. Ey, da geh ich direkt mal rein. Das interessiert mich. Das will ich gern genauer wissen. Hüchsenmacher. Köder, Patronenhurt. Volkanikpistole, doppelläufige Schrotflinte. Tim O'Brien hat gesagt, du hast einen Rune-off mit einem Engin-Women. Hey, das ist meine Kraft! Das ist Blut für mich! Büffeltöter. Winchester Repetiergewehr. Verdoppelt die Munitionskapazität von normalen Repetiergewehren. Lockt Tiere an. Na gut, okay, wir haben eh keine Kohle, ich wollte nur mal gucken. Also atmosphärisches Spiel. So, hier, frempel mich um. Ich muss eine Mission neu starten. Das sind die Fahrradfahrer des Wilden Westens hier. Politische Realitäten in Armadillo. Ah ja, natürlich, der Knast. Das Gefängnis vom Sheriff. Entschuldigung. Und Klassiker. Hey! Hey! You got a visitor! Shut up, you! What you want? My name is John Marston. You wanted to speak to me. I did? Apparently so. Why? I guess because we're both in the business of the law. You that fella from the train company? No, I'm from Fort Mercer. Fort Mercer? You them one of them Williamson boys. Calm down. Go on, shoot em, mister. Shoot em! You getting cute with me, boy? What's going on here? I got me one of them Williamson boys. I got me one of them idiots who give Marshalls a bad name. Jonah, put your gun down. You must be the man from Blackwater. Yes, sir. Listen, that dog ain't too bright. But he seems loyal. Jonah, get out of here for a minute. Yes, sir, Mr. Johnson, sir. And you. Oh, I done seen enough of your hide around here, friend. I think there's some school children down the way you can go and frighten. Oh, hardy fucking hard. What are you doing here, Mr. Marston? Apart from frightening my deputies. I'm here to capture or kill Bill Williamson. Okay. Can you help me? He's outside my jurisdiction. He's in the next county. Of course, Bill Williamson and his boys have tended to keep themselves away from my town. So you're happy to have him out there? I ain't happy, but I also ain't suicidal. My job is to keep this town safe, not clean up all of these three counties. It's hard enough around here. You know, I hear you speak, and suddenly I'm reminded of how some of the people I've respected most in my life had a problem with authority. What's wrong with you? Well, I'm sure you and your fine friends have enjoyed spending your time running around pursuing noble causes. My cause is to keep this town from turning into a living hell for the folks who live here. The whole world has problems, mister, and I'm here doing what I can. Why? What's happening? Right now? I got the railway, the people who pay my salary, trying to get me to turn a blind eye to them burning down settlements up there. I got a bunch of cattle rustlers out near Box Canyon needs shutting down. I'm forgetting the gang that keeps murdering homesteaders out in the back country. And I got a bunch of hoods over in the saloon, drunk, threatening to shoot up the whole town. That's all I got today. But it's early yet. Give me a couple more days, there'll be more. All right, tell you what. I'm helping you. Let's go deal with them hoods in the saloon. Then we'll discuss Williamson. Okay, boy. You're persistent little cuss, ain't you? Only when things matter. I feel the voice of John Marston sounds like the rapper The Game. I don't know who you know, but I don't know who you know. Egal, wir gehen zum Saloon. Es tut mir leid, sei nicht so ne Zicke. Wir gehen jetzt zum Saloon und knallen jetzt da offensichtlich paar Leute ab. Led by this fella called Walt. Goddamn road agents who prey on the stages coming in and out of town. Drivers in Armadillo spend more time with their hands in the air than on the range these days. And you're happy to let them drink in your saloon? Happy? No. But the way I figure it, better they're carousing in there than robbing decent folk. That's an interesting approach to law enforcement. I do what I can, Mr. Marston. We ain't the government. Oha. Da ist der Typ mit dem Zylinder. There's the dumb rat bastard now. Let's follow him. See what kind of hole he crawls into. Ja toll, reiten wir jetzt zu zweit auf einem Pferd, oder was? Walton's our man. Damn, he's seen us. Come on, don't lose him. Oh, es ist ein Warp-Pferd. Es kommt immer, wenn ich pfeife rein. Huh. Huh, spring doch! Spring über den Stein! Nein, bleib stehen vor dem Stein. Das sind jetzt quasi hier das Äquivalent zur Autoverfolgungsjagd in GTA. Denen war ich immer super schlecht. Könnt ihr euch bestimmt nicht vorstellen, aber ist wirklich so. jetzt, während wir die Chance haben. Weil das nicht so wie das Gesetz funktioniert. Ist das richtig, Marshal? Und alive, er kann immer noch sprechen. Es klingt nicht so, dass er ein Mann zu sein wird. Hold auf, Marston. Er muss auf der alten Pflezent. Wahrscheinlich besser, dass wir es hier anstrengen. Pose! Oh, man ist ja super angeschlichen. Verdammt! Geh Koffe! Kein Problem, ich kann sliden. Wir arbeiten unseren Weg um diese Helle. Hey, ja, du! Hier! Geh Koffe! Geh Koffe auf der Weg in der Seite! Ich werde dich schützen. Was der F- Was das nicht? Drieh Koffe, Marston. Halt ihn. Herr Koffe! Du bist ein wütlich, Johnson. Du wirst mir helfen? Du wirst mich hier helfen? Geh Koffe! Wie kann man denn nochmal da hinsliden jetzt? Muss da irgendwie gehen? Ne? Gibt es da nicht so einen automatischen Deckungs-Gibt es ja immer bei so Deckungs-Shootern? Ich spiele die ja immer nicht, weil es ja immer nicht klappt mit Linkshänder-Steuerung. Aber ich dachte, man kann da irgendwie... Muss doch da irgendwie gescheit hinschreiben. Oh ja, okay. Oh, ist halt so. Aus einer niedrigen Deckungs-Spiel bewege ich sie in einem RB. Um blind aus der Deckung zu schießen. Das News-Depadie sieht nicht so aus. Was hast du für? Unloh das Ding. Gut. Now, move auf zu der Outhouse, Marston. Was hast du für Walton irgendwie in die Beine schießt? Sensationeller Schuss. Walton, ihr Killing Days are over. We'll be trial in the ropes for you. Sensationeller Schuss. Das war aufregend. Das war aufregend. Das ist ein Typen hinten auf dem Pferd. Oh! Geld! 20 Dollar! Und 75 Ruhm. Und 200 Ehre. Was ist denn der Unterschied? Ist ja auch egal. Looten. Noch ein bisschen Money. Gut. Der Marschall hat dich weit von jeglicher Zivilisation, sondern du kannst schnell zurück in den Ort gelangen, indem du das Schnellreise-Feature im Camp benutzt. Öffne deine Tasche mit Durchsuche nach einer Schlacht erledigen. Gegner hat Geld oder zusätzlichen Objekten. Bluten und Leveln, sozusagen. Ein wahrer Prärie hält meistens alle Herausforderungen der Wildnis. Gute Jäger und Schafschens kommen überall zu Geld. Der hat aber nix hier, scheinbar. Musik. 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 Wo war denn noch einer? Hier! Eine oder? Munition, das war es auch schon, glaube ich. Oh was, da steht noch irgendwas. Ah, ok, man kann die Leichen noch zusätzlich plündern. Entschuldigung, Partner, ich bin nicht frisch. Ey, 64, 66 Dollar ist, glaube ich, gar nicht so schlecht für den Wilden Westen. Damals, oder? So, den noch. Und dann können wir jetzt dieses Schnellreisefeature mal checken. Wie ging das jetzt? Da bin ich. Da will ich hin. Tja, da ist nichts mit Schnellreise. Du kannst schnell zurück in den Ort gelangen, indem du das Schnellreisefeature im Camp benutzt. Öffne deine Tasche mit, zack, und wähle die Camp-Ausrüstung aus dem Menü. Ok. Die Camp-Ausrüstung. Einfaches Camp. Ok. Zum Zielort reisen, Outfits wechseln. Ok. Ja, speichern ist auf jeden Fall eine gute Idee. Zum Zielort reisen. Ok. Das ist cool. Das ist praktisch. Das mag ich. Da könnte sich Final Fantasy 15 mal ein Beispiel dran nehmen. Du kannst jetzt an mehreren Orten Five Finger Filet spielen. Was? Ach ist das. Ok. Ich habe eine Vermutung, was das ist. Ein dreckiger Hurensohn. Oh. Was ist denn hier los, bitte? Alter! Alter! Habe ich das gerade richtig gesehen? Hat er einfach mal die Frau auf der Veranda abgestochen? Alter! Was ist denn hier los? Sind wir hier im wilden Westen oder was? Gibt's doch gar nicht. Eine Frau. Hör auf! Hör auf! Hör auf! Hör auf! Hör. Hör auf! 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 Ich konnte sie leider nicht retten. Das ist ein bisschen doof. Da ist ein Totenkopf. Ach. Halt nur, um Steckbrief anzusetzen. Wanted Mo Van Bar. Waltons Bande, Körperverletzung. Bei Mescalero. Tot oder lebendig, alles klar. Ich bin mir noch geschockt, was sich da gerade abgespielt hat. Hello, hello. In the Midwest. And they can do it in six days. Things have changed. They've gotten away from me. Hello. Hello. I don't understand it no more, boy. Honest goodness. I'm not sure I do. Marshall. 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 I've just been up in the canyon, spying like you said. I think I've seen a couple of them. I think I've seen me a couple of them rustlers. I think it was the Ballard Twins and a couple of Mexicans. They up there right now? Well, it was a group of four men rounding up Mr. Gulch's livestock, and none of them look like any of Gulch's hands. So, yes, sir, right now? That's sarcasm's most unbecoming, Eli. It's gonna hold you back in life. Even worse than your lazy eye. Alright, let's go. Yeah, dann Punkt. You ride with us again, Marson? Will you help me? I will try. And it'd be my pleasure. Och, man, jetzt muss ich hier die ganzen Kleinstadt-Ganoven fangen, bevor ich meine Mission hier ausfüllen kann. Okay, jetzt geht's wohl um ein paar Viehdiebel, dass ich richtig verstanden hab. Pike's hazing. How long you been working for the government, Marston? I don't work for the government. Well, I got a telegram from some federal clowns in Blackwater that says otherwise. Are you some kind of vigilante? You don't look like no government, boy. I guess it's complicated. I came because it was made impossible for me not to. You sure are a tight-lipped son of a bitch, mister. I guess I am. I ain't gonna dig this hole no deeper. Well, ain't you all proud and superior? Don't forget, you need us more than we need you. Bill, we've supported you up like an empty person last time, if I remember correctly. Remember down, Jonah. Listen to your boss, Jonah. There's a good boy. Otherwise, I'll put a hole in your hillbilly head and watch your tiny brain drain out. The hanging rock. I'll be honest with you, Marston. I ain't for all this government interference. Believe me, Marshal. Neither am I. Okay, wir machen nochmal ganz kurz eine kleine Werbepause. Und dann kommen wir, glaube ich, zum letzten Teil, oder, liebe Regie? Ist das korrekt? Okay, dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. Bis gleich.